Willkommen Leute zu einer neuen Folge von Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und in der heutigen Folge werden wir mit euch gemeinsam Gewindebolzen drehen. Und zwar dieses Kaliber ist M33x2, also ein Feingewinde. Und diese Mutter ebenfalls M33x2. Sie dient als Kontermutter. Jetzt stellt ihr euch die Frage, warum drehen die beiden jetzt so riesen Oschis? Und zwar folgender Hintergrund. Unsere Drehbank hat vier Gewinde, die man reinschrauben kann als Füße. Diese vier Bolzen werden uns als Drehbankfüße dienen, mit denen wir die Drehbank anheben können, wenn wir das nächste Mal wieder zu einem Oldtimer-Treffen fahren werden, damit wir mit dem Hubwagen leichter drunter kommen. Oder aber, um sie natürlich auch auszurichten. Egal wo wir sie wieder aufstellen wollen, sie muss natürlich perfekt ausgerichtet sein. Die nächste Frage, die ihr euch bestimmt stellt, ist, wie zum Koko kommen die zwei auf M33x2? Wie man Gewinde bestimmt, ohne zu wissen, was es für eins ist, das zeigen wir euch im anderen Video. Und deshalb wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.